Sie haben der Wilhelm Tell aufgeführt im Läuensnottiswein. Da braucht viel Volk, gewusst das halbe Dorf hat mitgemacht in dem Spiel. Die andere Hälfte war im Saal bei einem grossen Bier. Als Publikum hat zugeschaut und war gespannt, was passiert. Am Anfang war es schön, da hat als Stauffacherin die Frau Pfarrer mit dem Schneider gerettet die Worte von tiefem Sinn. Und alles war gerührt, sie hat das mal nicht gesagt, das Kleid sei zu teuer. Und er hat gut aufgepasst, dass er den Faden nicht verliert. Aufs Mal kurz vor dem Apfelschuss der Lehrer kommt als Stell. Sein Sohn fragt nicht eins und eins, da ruft er die Eine schnell. Wo unter dem Hut als wach ist gestanden, so dass jeder gehört. Wieso fragt er so dumm, hat er in der Schule denn nichts Recht gelehrt? Ein Freund vom Tell, ein Mann aus Altdorf, zwickt ihm eins aufs Maul. Und dieser, der den Hut bewacht, gibt ihm gar nicht die Pfuhl. Und stösst ihm mit seiner Hellebarde einen mit seinem Bauch. Da kommt schon das Volk von Uri zu springen. Donner, jetzt geht's Rauch. Die Einte, die von Österreich, die nahe für die Wachpartei. Die Andere, die von Altdorf für ein Tell, eine Schlägerei. Mit Hellebarde, Karton, Schwert, Kulissen, Schlössi drei. Der Tell liegt unter dem Gessler schon, da mischt der Saal sich ein. Jetzt kommen Gläser zu fliegen, jeder stillt sich heime Wut. Ein grosser Tisch und Bänke und das Bier vermischt sich mit dem Blut. Der Wirt rauft sich sein Haar, gefrauscht in die brochene Gliederei. Zwei Stunden lang hat das gedauert, da war Österreich geschlagen. Sie hei der Wilhelm Tell aufgeführt im Läuensnotiswil. Und gwüsst noch nie einen in naturalistischerem Stil. Die Versicherung hätt's gezahlt, hingegen ein weises Ether. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie diesen Weg zu gewinnen wären. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie diesen Weg zu gewinnen wären. Am 24. November 1972 ist Manni Mater auf dem Weg zu einer Vorstellung tödlich verunglückt. Er war 36. Und es ist ihm schwergefallen zu glauben, dass ein Mensch und ein Werk, das man gemeint hat, seine Geste in der Mitte, schon zu Ende war. Manni Mater war in der deutschen Schweiz ein Begriff. Man hat, wenn man seinen Namen gehört hat, an die berndeutschen Chanson gedacht, die er so populär gemacht hat und auch ihnen so populär gemacht haben. Viele dieser Chanson wurden schon fast Volkslieder. Seine Platten und Bücher hatten hohe Auflagen. Die Vorstellungen, die er gegeben hat, waren fast überall ausverkauft. Sein Name wurde auch etwas stellvertretend für alle anderen, die mit ihm und nach ihm berndeutsche Chanson geschrieben und gesungen haben. Ein paar seiner Lieder wurden seinerzeit vom Schweizer Fernsehen aufgenommen, andere vom ersten und zweiten deutschen Fernsehen, auch vom österreichischen Fernsehen. So konnten wir versuchen, nochmals ein Bild von Manni Mater zu geben. Ein Bild, das sich zusammensetzt aus Gesprächen mit ihm, aus Gesprächen über ihn, aus Fotos, aus Privatfilmen, vor allem aber aus seinen Liedern. Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hätte eine Flamme gegeben. Und ich wollte für die Zigarette ein Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Und es hat noch fast ein Loch in den Teppich gegeben davon. Ja, man weiss, was kann passieren, wenn man nicht aufpasst mit Feuer. Und für die Glutart Zigaretten ist ein Teppich doch zu teuer. Und vom Teppich hat auch Grusse. Können Feuer ins ganze Haus. Und wer weiss, was da nicht alles noch wäre worden draus. Es hätte Brand gegeben im Quartier und es hätte in die Feuerwehr müssen kommen. Hätte gehornet in den Strassen und den Schlauch vom Wagen genommen. Und sie hätten Wasser gespritzt und das hätte gleich nichts genützt. Und die ganze Stadt hätte Brandes hätte sie nichts mehr geschützt. Und die Leute wären rumgesprungen in der Angst um Hab und Gut. Hätte gemeint, sie hätten einen Feuer gelegt. Hätte die Sturmgewehr genommen ihre Wut. Alles hätte gebreitet, wer ist schuld. Das ganze Land in einem Tumult. Dass man geschossen hätte auf die Bundesräte am Rettnerpult. Die UNO hätte interveniert und die UNO Gegner sofort auch. Für ihr Schweizer Frieden zu retten wären beide mit Panzern gekommen. Es hätte sich aus den Nadina auf Europa, Afrika. Es hätte die Welt gekriegt und die Menschheit wäre jetzt nicht mehr da. Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hätte eine Flamme gegeben. Und ich wollte für die Zigaretten Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Gott sei Dank, dass sie es vom Teppich wieder fortgenommen haben. Ich glaube ja. Ich kann das nicht schlecht vergleichen mit anderen Jugendlichen, die ich durch eine gehabt habe. Aber ich glaube doch, dass man meine Jugend glücklich nennen könnte. Ich glaube, meine früheste Kindheitserinnerung ist, wie ich im Garten meines Grossvaters in einem grossen Wäschezuber gebadet habe. Mein Grossvater war ein sehr energischer Mann. Er war bei der Eisenbahn und hat dort eine ziemlich steile Karriere gemacht. Er hat es bis zum Oberbetriebschef der Schweizerischen Bundesbahn gebracht. Schon in seiner Jugend soll es von ihm geheissen haben, als er einen Welschlandaufenthalt machte. Da habe es im Zeugnis geheissen, sollte sich mehr Ruhe gönnen. Das ist etwas, was man von mir ganz sicher nie gesagt hat. In der Eisenbahn sitzen die Einten so, dass sie alles, was kommt, schon zum Vorausgesehen kommen. Und der Rücken zukehren, der Richtung von wo der Zug kommt. Die anderen sitzen im Bank vis-à-vis, dass sie lange noch sehen können, wo der Zug schon war. Und der Rücken zukehren, der Richtung wohin der Zug fährt. Jetzt stellt euch vor, jeder behauptet einfach, so wie er es sieht, sie es richtig und schon haben sie Krach. Sie geben einander mit Schirmen aufs Dach, der Zug fährt. Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch kommt, so geht er dem Sachverhalt nicht auf den Grund. Er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt. Es ist Rohrschach. Ja, in der Primarschule war ich ein glänzender Schüler. Dann später rutschte ich eigentlich immer mehr ab in der Rangordnung der Klasse. Einmal wollte ich Clown werden, daran erinnere ich mich noch gut. Und dann auch Koch und Architekt. Unsere Putzfrau, die wir zu Hause hatten, hat immer geglaubt, ich würde einmal ein Ingenieur. Weil sie glaubte, ich sei so ein begabter Bastler. Das stimmt aber nicht. Ich habe nur sehr viele Bastelbücher gelesen. Aber immer, wenn ich etwas ausführen sollte, ging es dann schief, weil ich manuell ziemlich unbegabt bin und auch immer zu ungeduldig war, um zu warten, bis der Leim trocken war oder was immer. Das ist der Anfang der Berner Chanson. Das ist die Neugiemerzeit von Manni zurück. Der Vater Mater hat die ersten Platten von Brassens hergebracht. Er hat sie immer noch auftrieben, bevor wir sie im Plattengeschäft haben konnten. Und dann hat man sie zusammen gehört und übersetzt. Manni konnte sie alle zusammen singen und hat dann angefangen, selber Lieder zu machen. Man hat sich eigentlich gar nie in die Frage gestellt, ob Schriftdeutsch oder Berndeutsch. Das war Berndeutsch, das ist klar. Aber die ersten waren alle nach Brassens-Melodien. Das waren Lieder, die sind eigentlich nicht mehr bekannt. Manni wollte auch gar nie, dass man sie singt oder auf Platten kommen muss. Das waren typische Gimmer-Zeit-Lieder von Meitel und Rohr usw. Dann ist er einfach nicht mehr gestanden. Er hatte aber trotzdem ein paar so gute Tronger. Der Regenwurm, ich weiss gar nicht, ob man ihn kennt oder nicht. Das Guguli war eines. Eines von den ersten ist auch alles, was mir in die Finger kommt. Das gehört mir etwa noch auf Platten. Und das waren so die ersten Lieder, aber die hat er nicht mehr gesungen. Und dann ist er später, während der Studienzeit, eigentlich klein geschlafen. Er hat mehr noch so für die Weihnachten, für die Familie hat er Platten gemacht. Aber er ist auch nie aufgetreten. Dann waren wir beide bei der Pfade zusammen. Und haben dort etwa ein Cabaret gemacht, an Unterhaltungsabend. Und dort haben wir die ersten Lieder öffentlich gesungen. Und dann hat er auch angefangen, Vereins anzulassen und so weiter zu singen. Und dann hat er das erste Mal mit einem anderen zusammen in der Rampe in Bern aufgetreten. Und dann ist er langsam, langsam, wie eine Lawine ist es gekommen. Und dann ist er auf einen Spalchen zu viel ordnen. Er musste auch viel rumreisen und hat dort zwischendurch wieder gestoppt. Aber das ist so der Anfang seiner Lieder, der Geschichte seiner Chanson. Kennet ihr das Geschichtli schon von dem armen Eskimo? Wo in Grönland einisch so traurig ist und das Leben kam. Er hat dank am Radio die Freude an der Musik bekommen. Und hat gedacht, das kann ich auch. So ist er ins Unglück gekommen. Nämlich er hat sich für zwei Flaschen Lebertranes genommen. Gut erhaltenes Cembalo gekauft und hat es in die Höhle genommen. Doch als er fortissimo gespielt hat auf seinem Cembalo, ist ein Eisbär reinkommen, hat ihn zwischen Krallen genommen. Kunst ist ein Risiko, so ist er ums Leben gekommen. Und ihr seht die Moral davon, kauft nie ein Cembalo. Sonst geht es euch gerade eben so wie dem armen Eskimo, wo in Grönland einisch so traurig ist ums Leben gekommen. Mein Vater war dasselbe wie ich. Er war Rechtsanwalt, hatte ein eigenes Büro hier in Bern. Übrigens, ich bin eigentlich kaum aus Bern herausgekommen. Ich habe hier die Schulen besucht, habe hier die Universität besucht. Kein einziges Auslandssemester, das macht sich sonst immer gut. Der einzige Auslandsaufenthalt von einiger Dauer war ein Jahr in England. Sonst bin ich eigentlich immer in Bern gewesen. Wir haben eine Freie, ich gehöre dazu. Und die Leute sagen, schau, der gehört auch dazu. Und manchmal gehöre ich wirklich dazu und ich stehe dazu. Und dann sehe ich solche, die gehöre dazu. Und haben doch mit mir im Grunde noch nichts zu tun. Und andere, die ich doch bies dazu, gehöre nicht dazu. Der Mario Matter hat daran gedacht, sich zu habilitieren. Obwohl er auch wieder zögert hat. Er hat sich gefragt, ob er die Tätigkeit an der Universität das Richtige sei für ihn. Er hat die Zustände von unseren Universitäten auch wieder als problematisch angeschaut. Und doch, die Begabung und die Fähigkeit, Studenten anzusprechen, das wäre eine Voraussetzung gewesen. Er hat eine Arbeit gemacht, also eine Habilitationsschrift. Sie ist leider nicht ganz fertig. Ich habe den grössten Teil hier. Das ist gerade das, was ich vorher habe. Er hat in England daran gearbeitet. Es ist eine Arbeit über die sogenannte pluralistische Staatslehre. Pluralistische Staatslehre, so wie er es verstanden hat, will sagen, dass Ja zu Gegensätzen im Staat sei, dass der Staat nicht eine fertige Einheit ist, sondern etwas, das sich immer wieder entwickeln muss. Diese Auffassung hat sehr gepasst in das Weltverständnis von Manni-Matter überhaupt. Es war ein Toleranzverständnis. Er hat immer vor voreiligen Versöhnungen gewarnt. Aber umgekehrt hat er auch immer davor gewarnt, irgendein Sachverhalt als definitiv anzunehmen, voreilig zu urteilen und zu aburteilen. Am Schluss dieser Arbeit behandelt er Harald Lasky, ein englischer Jurist und Politiker. Und in den allerletzten Sätzen dieser Arbeit kommt wahrscheinlich der Manni-Matter selber sehr persönlich zum Ausdruck. Ich möchte die letzten Sätze dieser Arbeit lesen. Das heisst dort, niemand kann zum vornherein verpflichtet werden, immer für richtig zu halten, was die Regierung tut. Für recht zu halten, was die Regierung anordnet. Und jetzt kommt das Lasky-Zitat. Ein Mensch muss vor allem sich selber treu sein. Der grösste Beitrag, den er zum Staat leisten kann, ist die Anstrengung seines moralischen Urteils, so wie der Lasky. Dies ist, wie Lasky zugibt, eine individualistische Staatstheorie. Aber, so sagt er, sie ist individualistisch nur insofern, als sie den Menschen auffordert, ein soziales Wesen zu sein. Und die Basis des Staates ist nach ihr der Konsens zur Uneinigkeit. So gehöre ich dazu, gehöre gleich nicht dazu. Und standen dazu, standen gleich nicht dazu. Denn manchmal stolz und hab manchmal genug, und das gehört dazu. Wir haben einen Verein, ich gehöre dazu. Und die Leute sagen nur, der gehört auch dazu. Und manchmal gehöre ich wirklich dazu, und ich stehe dazu. Ich fühle mich eigentlich kaum je als Familienvater. Ich finde mich immer mit einer gewissen Verwunderung als Familienvater. Das sind so Dinge wie übrigens vieles, was, glaube ich, dann später plötzlich wichtig wird im Leben. Da rutscht man mehr hinein, als dass man es bewusst plant und sich von vornherein in dieser Rolle sieht. Ja, vielleicht überhaupt wenige Leute sich mit einer Rolle ganz identifizieren. Ich glaube, das gibt es fast nicht, dass einer von sich glaubt, er sei dies oder das und seine Rolle ganz genau definieren kann. Der Manni Mater ist zur Stadt Bern gekommen als Rechtskonsulent, weil man ihn berufen hat. Die Stelle ist dann neu geschaffen worden. Man hat gewusst, dass er ein guter Jurist ist. Man hat auch gewusst, dass er sich als Mitglied vom Jungen Bern politisch betätigt. Und man hat gewusst, dass er ein besonders herzliches Verhältnis zu der Stadt Bern hat. Seine Arbeit hat auch darin bestanden, dass er alle Geschäfte im Arbeitsbereich der Präsidialabteilung behandelt hat. Er hat z.B. die Stadt in Prozessen vertreten, Disziplinarfälle behandelt und hat eigentlich in alles hineingesehen, was in der Stadt Bern gegangen ist. Man kann ja darüber staunen, dass ein Künstler oder ein Mensch, den man hauptsächlich als Künstler kennt, Beamter geworden ist. Aber für einen Mann ist das nicht ein Gegensatz gewesen. Was er in der Stadt gemacht hat, als Beamter, hat er als Künstler in seinen Liedern auch gemacht, nämlich menschliche Schwächen aufzudecken, helfen, die Schwächen zu überwinden, knüppeln, zu lösen. Denen, wo es gut geht, gehe es besser, gehe es denen besser, wo es weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass es denen weniger gut geht, wo es gut geht. Drum geht wenig, für dass es denen besser geht, wo es weniger gut geht. Da ein Schweizer ja bekanntlich nicht nicht Hochdeutsch kann, wenn er nicht drei Jahre lang in einer Sprachschule war. Es stand für mich gar keine andere Wahl, als dass ich das auf Schweizerdeutsch mache. Und das ist heute eigentlich immer noch so für mich. Ich habe nie bewusst mich entschlossen, jetzt will ich Dialekt schreiben, sondern es hat sich so ergeben, weil ich eben Dialekt spreche. Also es heisst Arabisch. Der Sidi Abdelassar von El Hamma hat mal am Morgen früh noch im Pyjama Er strass vor der Moschee, zwei schöne Augen gesehen, das ist der Anfang geworden von seinem Drama. Es ist die Tochter gewesen von Mohammed Mustafa. Der Abdelassar hätte nicht mehr schlafen können, bis er bei Mohammed um die Hand angehalten hätte und gesagt, ich biete 150 Schafe. Der Mohammed hat geantwortet bei Allah, es freut mich, dass meine Tochter dir gefallen hat. Doch wert ist sie, meine Seele, 220 Kamel, und darunter kann ich dir sie auf keinen Fall an. Da hat der Abdelassar gesagt, oh Sidi, auf so einen teuren Handel gehe ich nicht ein. Ist Furt hat gleich drauf schon eine billige Reigno, die nicht so schön war da für eine gescheite. Doch wenn es Nacht wird über der Sahara, schaut er den Mond am Himmel hell und klar an, und ruhrt hier und da den schönen Augen an, und denkt er die doch früher an Fasparra. Ja, ich glaube ein Unterschied zwischen der älteren Mundartliteratur und der neueren ist auch, dass man nicht mehr auf Sprachreinheit achtet, das war ja bei den älteren Mundartdichtern immer sehr wichtig. Sie schrieben nicht zum Beispiel, wie Kurt Marty es ausgedrückt hat in der Berner Umgangssprache, sondern sie schrieben Berndeutsch. Und da vermieden sie es bewusst, gewisse Ausdrücke aus dem Hochdeutschen einfach in die Mundart zu übernehmen, wie wir es täglich andauernd tun. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied, dass man heute sich nicht mehr bemüht, irgendwie eine Mundart zu erhalten, eine reine Mundart, sondern dass man die Mundart eben braucht mit allen fremden Zutaten, die sich eben in sie eingelebt haben in der täglichen Umgangssprache. Musik Was ist ein Sandwich ohne Fleisch? Es ist nichts als Brot. Was ist ein Sandwich ohne Brot? Es ist nichts als Fleisch. Erst wird mit Fleisch dein Brot beleischt. Erst wird mit Brot und gischt dein Fleisch. Bekundsch ein Sandwich, Brot und Fleisch. Schau, dass du dem Geh Rechnung trägst. Und zwar ist es wichtig, dass du Folgendes auch weisst. Es genügt nicht, dass du das Brot einfach unterlegst am Fleisch. Es braucht ein Brot und dafür verstehst. Und eins will oben drüber legst. Nur wenn du so dran gehst. Bekundsch ein Sandwich, eins mit Fleisch. Das Problem vom Anken käme, das stimmt dann noch dazu. Es geht darum ja nicht auf die letzte Seite zu tun. Du siehst, du issest, du Barbare. Und füllst deinen Bauch und wirst nicht gewahr. Was in einem Sandwich auf deinem Tisch Für Dialektik drinnen ist. Für Dialektik drinnen ist. Der Manni Mater ist bekannt worden als Berner Chansonnier. Er ist ein Stück bernische Literatur geworden. Er hat aber eigentlich angefangen als Unterhaltungssänger bei den Pfadfinder. Und es ist etwas Merkwürdiges passiert, dass mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass ja das zwar unterhaltig, aber in der Unterhaltung noch mehr als nur unterhaltig ist. Nämlich, dass die Texte, die er singt, literarische Bedeutung und einen literarischen Wert haben. Die Texte kann man auch lesen, ohne dass sie gesungen werden. Also ohne Musik. Aber natürlich ist Musik ein wichtiges Vehikel für Texte zu transportieren zum Leser. Und da ist nun festzustellen, dass die Texte, die manchmal doch ziemlich raffiniert gebaut sind und zum Teil recht anspruchsvoll sind, dass die sehr gut bei den Leuten ankommen sind. So, dass man vielleicht sagen kann, mit dem, dass die Texte gesungen wurden und in dieser Art und Weise, wie es der Manni Mater hat gesungen, ist es ihm gelungen, auch eigentlich nicht unterhaltsame, nicht lustige Sachen, eine Art Lyrik den Leuten nachzubringen. Und das Erstaunliche war, dass die Texte, die in sich sehr differenziert und vielschichtig waren teilweise, dass diese bei den einfachen Leuten ankommen sind, aber auch bei ganz intellektuellen Leuten. Und das war vielleicht etwas vom Wesentlichen beim Manni Mater, dass bei ihm eine Verbindung da war zwischen einem gemüthaften, volkstimmlichen und einer ausgesprochenen Intellektualität. Musik 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 Coiffeur-Geschäft verlassen mit ein paar entschuldigenden Worten. Und wenn ihr findet, ihr sollt ein wenig mehr zum Coiffeur gehen, dann könnt ihr jetzt verstehen, warum ich da eine Hemmung habe. Jetzt haben wir zwei von den Chanson-Kollegen von Mani Mater im Studio. Und zwar sind das Fritz Widmer und Jakob Stickelberger. Mit Ihnen zusammen hatte Mani noch ein Projekt, das er nicht mehr realisieren konnte. Vielleicht kannst du uns etwas darüber erzählen, Jakob. Ja, das war so. Als wir früher aufgetreten, hat jeder seine Lieder durchgesungen und als er fertig war, ist er abgedampft. Mani Mater fand, wie wir schon zusammen sein, könnte man eigentlich auch etwas zusammen machen. Und er fand, besonders dafür, dass sich vielleicht ein Kriminalroman würde. Und so haben wir dann aus dem Kriminalroman über die verschiedenen Gliché-Themata ein paar Lieder gemacht. Und als wir genug Lieder hatten, hatten wir sie einfach zu einer Geschichte aneinander gehängt. Fritz Widmer und ich singen jetzt von Mani Mater den Prolog zu dieser Kriminalgeschichte. Mani Mater hat ursprünglich gesagt, man sollte die Kriminalgeschichte nicht einfach Kriminalgeschichte aneinander holen, sondern hat einen Titel vorgeschlagen, der geheiss, ein Doppeltitel, Scheiss nicht Liebling oder das Mädchen aus der Las Vegas-Mahre. Aber wir haben dann die Idee wieder fallen lassen. Fritz Widmer und ich singen jetzt von Mani Mater den Prolog zu dieser Kriminalgeschichte. Wir sitzen alle ahnungslos auf euren Stühle, denken gar nichts Böses, habt vielleicht noch das Gefühl, jetzt kommt ein lustiges Diedemann, sogar ein Witz. Nein, wir erzählen jetzt eine Kriminalgeschichte, eine Kriminalgeschichte. Darum rate ich allen Frauen, geben den Mannen die Hand. Die, die gerne Angst haben, rücken näher auseinander. Wer schwache Nerven hat, soll gescheider jetz noch gehen, jetz fahrt eh nämlich an. Eine Kriminalgeschichte, eine Kriminalgeschichte. Wir werden sehen, wie es geht, wenn der Revolver schiesst. Wenn das Messer sticht und das Blut auf die Hersterteppich fliesst. Wenn man einen unterdrückten Schrei gehört in der Nacht. Darum geben alle acht auf die Kriminalgeschichte, auf die Kriminalgeschichte. Und denkt ich euch die Kriminalgeschichte vielleicht dumm? Das könnte ganz gut sein, doch macht das nicht warum. Es ist im Grunde genommen ja auch dumm, hey die Kriminelle. Darum gibt's auf alle Fälle eine Kriminalgeschichte, eine Kriminalgeschichte, eine Kriminalgeschichte. So, jetzt singe ich vom Manni-Matter ein Lied über ein Thema, das in vereinzelten Kriminalromänen gerne eine wichtige Rolle spielt. Nämlich die Frage nach einem Mörder. Wer hat das Mädchen umgebracht wer? Wer hat das Mädchen umgebracht wer? Es ist ganz einfach, sagt der Kommissär. Wenn man annimmt, dass der Mörder und das nimmt man nie doch an. Vor der Tat der Mord vermutlich noch nie begangen hätte. Wenn man das jetzt also annimmt, was ergibt sich daraus sofort? Es ergibt sich daraus, dass das Mädchen noch vor dem Mord gelebt haben muss. Das ist logisch, sagt der Kommissär. Der Inspektor nickt und sagt das glaube auch er. Und wenn also fährt er weiter und das leuchtet ihm doch ein. Vor dem Mord vermutlich das Mädchen ging noch ist am Leben gewesen. Wenn man das jetzt also annimmt, was ergibt sich daraus sofort? Es ergibt sich daraus, dass das Mädchen das Leben gelassen hätte bei dem Mord. Das ist logisch, sagt der Kommissär. Der Inspektor nickt und sagt das glaube auch er. Und wenn also dem zufolge und wer zweifelte da dran? Bei dem Mord das arme Mädchen hätte sein Leben müssen lassen. Kann man daraus jetzt den Schluss ziehen, wie man es zwingend er nicht will? Dass es muss der Mörder gewesen sein, der das Mädchen umgebracht hätte. Ja, so ist es, sagt der Kommissär. Womit also jetzt das Problem schon aufgelöst wäre. Es gibt eine Anzahl Chansons vom Mani Mater, die ganz am Schluss entstanden sind. Und wo wir keine Aufnahmen mehr von ihm selber haben. Also weder Platten noch Bänder, geschwiegen dann Fernsehaufnahmen. Und Fritz Widmer singt es jetzt noch zwei von diesen Chansons. Vielleicht könntest du dich noch etwas charakterisieren? Ja, wir sind im letzten Jahr ja auch drei, vier Wochen zusammengekommen und haben einander die Chansons vorgesungen. Und einmal, als der Manni wieder hergekommen ist mit einem Neuen, hat er gesagt, das gibt ein himmel-trauriges Programm von mir. Und äh... Himmel-traurig heisst da nicht, dass es auch so ein schlechtes Programm wäre, sondern dass es einfach... Es war nicht mehr heiter, als es früher war. Er hat uns ein Lied nachher vorgesungen, das heisst, warum seid ihr so traurig. Und währenddem er das gesungen hat, haben wir darauf gewartet, dass irgendwo eine ironische Pointe kommt. Eine Wendung, eine verblüffende Wendung, die wieder heiter wird, die sich alles aufhebt, das Ernste vorher. Und das ist nicht passiert, es hat noch trauriger aufgehört, als es angefangen hat. Und... Das hat uns eigentlich sehr betroffen. Und die anderen Lieder von diesem Jahr sind ähnlich gewesen. Es waren nicht mehr Lieder, die einfach zum Anlass so irgendeine alltägliche Begebenheit hatten. Wie zum Beispiel, dass er ein Zündhölzchen auf den Teppich schiesst, dass er beim Coiffeur vor dem Spiegel sitzt oder dass er ein Sandwich isst. Es ist irgendeine Grundstimmung drinnen, wo man merkt, dass es ihm nicht mehr wohl ist. Vielleicht in der Stadt, vielleicht einfach mit seinen Menschen, wenn er irgendwie dumm um ihn ist. Das wird man dann wieder hören. Es gibt auch keine Aufzeichnungen, keine Aufnahmen von ihnen. Und darum singen wir sie jetzt. Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen. Wir, die leben müssen in den gottvergessenen Städten, wo man auf dem Trottoar läuft und wenn man über die Strasse will, muss warten, bis man von einem grünen Licht Erlaubnis hat. Und wenn man das nicht macht, wie wird man überfahren? Ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren? Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen. Wir, die arbeiten müssen in der gottvergessenen Städte, wo man wie ein Rädchen ist in einer Maschine, wo niemand überlegt und wo ihm gesagt wird, was man soll. Und wenn man nicht aufpasst, wird man überfahren. Ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren? Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen, als bestenfalls von Ferien 14 Tage lang an einem Meer. Wo man Kriminalromän liest unter Palmen, für ein bisschen zu sehen, wie es wäre, wenn das Leben interessanter wäre. Bis man schliesslich froh ist, wieder heizu zu fahren, ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren? Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen, als selber einig zu werden, wie die besseren Herren, wo ein Swimmingpool im Garten hei und auf Safari gehen, solange sie noch keine Herzinfarkte überkommen. Solange sie mit dem März noch in keinen Baum sind gefahren, ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren? Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen, wir, die leben müssen in den gottvergessenen Städten. Mit dem Mai und Ruhe in Paris im Jahr 1868 sind bekanntlich ein Haufen Inschriften in die Hausmauern geschrieben worden. Ein Teil davon waren politische Inschriften, aber auch andere allgemeine Aussagen aus einer Art Aphorismen. Und eine von denen hat der Manni Matter so unters berührt, als er zuletzt eine Chanson darüber geschrieben hat. Die Inschrift heisst «Regardez-vous, vous êtes triste!» Warum seid ihr so traurig? Wohl mich seht nach Stochat. Söttet mal euer Gesichter gseh, wenn ihr sitzet im Büro. Söttet mal euer Gesichter gseh, wenn ihr fahret im Tram. Warum seid ihr so traurig? Söttet doch so widersweit. Frau und Kind seht doch z'weg, im Beruf geht's gange ein klei vorwärts. S' längt doch auch hin und da, scho führnes kleines drüber ein. Warum seid ihr so traurig? Warum seid ihr so traurig? Fürchtet ihr das, was kommt? Aber ihr seid doch versichert gegen die möglichen Zufälle. Und wenn's Alter de kommt, heit er a rechte Passion. Warum seid ihr de traurig? Nei, dir heit doch ke Grund. Vielleicht, wenn ihr einen Grund hättet, wäre er weniger traurig. Mengen, wenn's Leben ihm wehtut, besinnt sich der Tür wieder dran. Mengen, wenn's Leben ihm wehtut, besinnt sich der Tür wieder dran. Das ist das Lied von den Bahnhöfen, wo der Zugang schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen. Und es stehen Leute im Regenmantel dort und die Tür warten. Und das Gepäck hei sie abgestellt und zwei Kinder schauen am Automat, ob nicht doch dort noch mehr rauskomme als die Karamelle, die sie schon hei gegessen. Und der Bahnhof, wo er stand telefoniert, die Mütze hanget an der Wand und im Warzall isch geheizt, sitzt der Mann, wo ne Stumper auch da stinkt und liest samt das Blatt. Mengen schläutet de Glocken und den Arbeiter mit schwarzen Händen stellt den Weichen, man weiss nit für was, denk für Güter, wegen wo vor dem Schopf stehn. und der Bahnhof, vorstand, legt die Mützen an, es fahrt der Schnellzug vorbei und es luftet noch gäng, während dem, dass der Vorstand schon sein Hut wieder abzieht. Das isch das Lied von den Bahnhöfen, wo der Zugang schon abgefahren isch oder noch nicht ist Gott. Das ist schade. Das ist schade. Das ist schade. Vielen Dank.